Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal zum Türchen Nummer 8 des Advent of Code Adventskalenders 2022. Lass uns einfach direkt reinspringen. Wir stoßen auf ein Stück Wald, das in einem regelmäßigen Grid angelegt wurde. Die Bäume sind unterschiedlich hoch gewachsen. Ihre Größe werden durch die Integerzahlen 0 bis 9 ausgedrückt. So 0 wäre die kleinste Ausprägung, die kleinste Größe 9 die größte mögliche Größe der Bäume. Also die Höhen der Bäume verteilen sich auf diese 10 möglichen Größen. Jetzt wollen wir uns ein bisschen einen Überblick verschaffen in Hinsicht auf, also die grundlegende Frage ist, es soll ein Baumhaus irgendwo in diesem Wald gerne platziert werden. Dieses Baumhaus sollte idealerweise nicht so offensichtlich sein, also nicht von außen direkt einsehbar. Soll sich also schön verstecken. Dazu möchten wir zunächst in Teilaufgabe 1 erst einmal analysieren. Wie sind denn überhaupt die Sichtverhältnisse? Wir haben hier so eine Karte gegeben. Hier ist wieder der Beispiel-Input. Hier ist dieses regelmäßige Grid der Bäume. So, da gibt es hier einen Baum mit Höhe 0, links daneben einen Baum mit Höhe 3, rechts daneben auch mit Höhe 3, darunter mit Höhe 5 und so weiter. So, und jetzt geht es ja darum, entlang der Horizontalen und Vertikalen, wie viele Bäume sind von außen zu sehen und wie viele Bäume werden von anderen verdeckt. Und das funktioniert dann eben so, dass ein Baum ist dann sichtbar, wenn er entlang einer Richtung, nach links, nach rechts, nach oben oder nach unten, wenn irgendeiner von diesen Richtungen, ich bis an den Rand gehen kann und alle Bäume dazwischen kleiner sind als er selbst. Diese 3 hier zum Beispiel, nördlich davon ist 5, das ist größer, also wird die 3 von der 5 verdeckt, nach Süden ist auch eine 5, wird also verdeckt, nach links ist eine 5 oder nach Westen ist eine 5, wird also verdeckt, nach Osten oder nach rechts ist eine 3. Das ist zwar gleich hoch, aber das reicht schon, also die 3 wird durch die 3 rechts daneben verdeckt, das heißt, diese 3 wäre komplett umschlossen und vom Rand aus nicht zu sehen. Die benachbarte 3 hingegen nach Norden, ja, halt, diese 3, so nach Norden ist eine 1 und dann kommt aber eine 7, das heißt, von Norden her ist diese 3 nicht zu sehen, weil die 7 die Sicht verdeckt, die 1 nicht, aber die 7. Nach Süden haben wir eine 4 und eine 9, ist also auch vom Süden her verdeckt, nach Westen hin ist durch die benachbarte 3, die 5 und die 6, ist alles verdeckt, aber nach Osten, durch die 2 rechts daneben, ist dieser Baum also zumindest von Osten her zu erkennen. So die, das bedeutet auch automatisch, dass jeder Baum unmittelbar am Rand, die sind alle natürlich sichtbar in diesem Sinne, weil es dann weiter abseits von ihnen keinen Baum gibt, der sie verdeckt. Sie sind ja schon der äußerste Baum. Die Frage ist, wie viele Bäume aus dem regelmäßigen Grid sind aus mindestens einer Perspektive her oder aus mindestens einer Richtung her sichtbar? Für das Beispiel lautet die absolute Antwort 21, die setzt sich zusammen aus 16 Bäumen am Rand plus weitere 5 sichtbare Bäume im Kern. So, jetzt sollen wir das Ganze aber noch für unseren individualisierten Input durchführen, diese Analyse. Der Input ist 99 Zeilen lang und vermutlich auch 99 Zeilen breit. Ne, 100. Verrückt. 99 1, 99, 99, ne, doch nicht, ja, es ist 99 breit, 99 hoch. So, das ist hier mein regelmäßiger Grid oder ein Teil davon. So. Ich habe jetzt also hier wieder meinen Source Loader, der fällt heute etwas schmächtig aus. Wir haben wieder das Beispiel, wir haben die Antworten der Teilaufgaben und der Input wird eingelesen. Los geht's mit Part 1. An der Stelle muss ich sagen, Part 1 hat mir sehr Spaß gemacht, Part 2 eher nicht so, aber das werden wir dann klären, wenn wir bei Part 2 sind. Part 1 habe ich mit dynamischem Programmieren gelöst. Das heißt, ich erzeuge eine Karte, eine generische Karte, wo jeder Baum seine Sichtbarkeit feststellt und dabei auf Teilauswertungen zurückgreifen kann, die für benachbarte Bäume womöglich schon erledigt wurden. Also, wir haben hier unsere Vismap, die Visibility Map. Hier unten ist der Part 1 Code, das ist nicht sonderlich viel, also auch wieder hier die Main-Funktion, die Test-Funktion, der Part 1 Code, weil jetzt hier gar nicht so viel Programmierung drinsteckt, das ist eigentlich alles nur Setup. Die eigentliche Arbeit steckt in dieser Funktion und in dieser Funktion klären wir Storage erstmal. Wir sehen hier, Store ist vom Typ Storage und dann dekoriere ich meine AdVismap mit der Instanz von Storage. Was ist Storage? Storage ist eine Klasse, die ich geschrieben habe für das Function Wrapping. Genau genommen, dass eine Instanz von Storage ist, selber als Funktion callable und deswegen auch mittels decorator-add wrap-bar. Was macht Storage? Storage bekommt als Argument eine Funktion rein und definiert eine Modifikation für diese Funktion. Und was diese Modifikation tut, ist, sie nimmt die Argumente entgegen, die eigentlich für Funk gedacht waren und dann schaut es, ob diese Argumente bereits in self-mem, hier oben self-mem gleich dict, ist sein Dictionary, guckt nach, also ob diese Argumente schon mal aufgerufen wurden. Wenn nicht, dann wird dem Dictionary für diese Argumente die Auswertung der Funktion hinzugefügt und dann wird return nur noch aus dem Memory, also die werden Funktionswerte zurückgegeben, die schon einmal generiert wurden. Auf diese Weise wird unsere Funktion func pro Argument exakt nur einmal ausgeführt. Allerdings kann sie für jedes Argument dutzende Male aufgerufen werden und Storage dann gibt uns automatisch, vermittelt uns automatisch die bereits einmal berechneten Zwischenergebnisse. So, und das ist, was dieses AdStore hier auf die Vismap tut. Also ich könnte dieses AdStore wegnehmen, dann hätten wir keine dynamische Programmierung mehr, sondern Brute Force, weil dieses Vismap wird auf jeden Baum mit der Koordinate i und j viermal angewandt, nämlich di, also Delta i oder Direction i, also die Richtung i. i, di ist plus 1 oder minus 1, also ich gucke nach Norden oder ich gucke nach Süden, beziehungsweise dj ist plus 1 oder minus 1, ich gucke nach Westen oder ich gucke nach Osten, ausgehend von einer Startposition ij irgendwo im Grid. So, ohne diese Store jetzt funktioniert diese Funktion auch wunderbar, aber eben, weil es wahrscheinlich, weil es möglich ist, auch sehr, sehr wahrscheinlich ist, diese Funktion wird dutzende Argumente wieder und wieder sehen. Und sie würde es jetzt im derzeitigen Zustand auch wieder und wieder von der Pike auf neu berechnen, unwissend, dass es das schon mal berechnet hat und unwissend, dass es dieses Zwischenergebnis schon gibt. Und dafür ist aber dieses Storage da, dass sozusagen Anwendung der Funktion sich merkt und dann auf diese Weise Abfragen verkürzen kann. So, was macht dieses Wismap? Also wir wollen jetzt wissen, welcher Baum ist vom Rand aus unsichtbar. Und dieses Wismap merkt sich für die Position ij und eine Schaurichtung, ja, Norden, Süden, Osten und Westen, was aus der Position ij heraus der höchste Baum ist in die Richtung Nord, beziehungsweise Süd, Ost oder West. Wie macht er das hier unten? Er vergleicht Maximum Matrix, so die Matrix ist, wo ich die Baumhöhen drin abspeiche. Er geht in der Matrix in Richtung di bzw. dij, i plus di, j plus dij und vergleicht den nächsten benachbarten Punkt im Maximumsvergleich mit, was die Wismap für diesen benachbarten Punkt schon weiß. Also Zweifelsfall ist ja ein rekursiver Aufruf. Wismap hier ruft sich selber auf. Also wenn ich hier plus 1 nach Norden gehe und ich hatte den Norden noch überhaupt gar nicht abgecheckt, dann würde diese Funktion immer noch plus 1 weiter nach Norden gehen. Es würde einmal komplett bis zum Rand durchmarschieren, würde sich also 7, 8, 9, 10, 20 oder wie oft auch immer 99 Mal gegenseitig aufrufen, wenn nötig, um bis zum Norden an den Rand zu kommen. Aber vermutlich haben wir schon einige Check-Ups ja durchlaufen und können sozusagen vorher den Durchmarsch nach Norden unterbrechen, wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir bereits die Sichtbarkeit berechnet haben und geben dann nur noch das Zwischenergebnis zurück. So und das Einzige ist natürlich hier der Rand. Der Rand ist natürlich eine Besonderheit. Hier müssen wir dann sagen, wenn ich weiter nach Norden gucke als von der nördlichsten Position aus, dann gibt 0 zurück. Also wenn ich über das Waldstück hinausgehe, dann gibt es da keine hohen Bäume mehr und ich gebe einfach die niedrigste mögliche Größe, also 0 zurück. So und damit erhalte ich eine Karte, das heißt dieses Wismap sagt jetzt für die Position eines jeden Baums I und J, was ist der höchste Baum nach Norden, was ist der höchste Nachbarbaum in nördlicher Richtung, was ist der höchste Nachbarbaum in südlicher Richtung, was ist der höchste Nachbarbaum in östlicher Richtung, beziehungsweise in westlicher Richtung. Also diese vier Anfragen kann ich stellen. Und wenn also diese Wismap einmal vollständig erzeugt wurde, dann kommen wir jetzt hier zur Part 1. Achso, ja, also wir haben vielleicht das noch ganz kurz abgerissen. Also wir haben dieses AddStore, das sozusagen als Gedächtnis unserer Funktion Wismap fungiert und drumherum haben wir den Generator. Der Generator nimmt dieses Store an, es nimmt diese Matrix an, also die Höheninformationen aller Bäume, es nimmt die Anzahl an Zeilen, es nimmt die Anzahl an Spalten. Es sind so gewissermaßen globale Größen, die ich hier bei dem rekursiven Aufruf von Wismap nicht immer wieder mit durchreichen möchte. Das heißt, wir haben ja außen drum ein Function Generator, dann haben wir ein Function Decorator und im Herzen steckt eigentlich die Funktion, um die es geht. Die Visual Map und die Visibility Map. So, Part 1. Ich hole mir RAW rein, zerlege es in seine Zeilen, dann die Anzahl der Zeilen gibt mir die Anzahl der Zeilen und die Länge einer Zeile gibt mir die Anzahl an Spalten. Und dann kann ich damit meine Matrix initialisieren als Tuple von Tuple von Intenture konvertierten Zeichen in jeder Zeile aller Zeilen. So, Count ist jetzt also der Zähler, der für uns durchzählt, wie viele Bäume von außen aus mindestens einer Richtung sichtbar sind. So, mit dem Generator, das hatten wir ja hier oben, der Generator, erzeugen wir jetzt also eine Instanz der VisMap. Und wir geben dem Generator ein Storage, wir geben die Matrix der Bäume, die Anzahl der Zeilen und Spalten. Und jetzt gehen wir durch für IJ, also alle möglichen Positionen im Wald. Ja, Product, Range, NumRows, NumColumns. Das produziert mir alle möglichen Koordinatenkombinationen, die in der Matrix existieren können. So, und jetzt sage ich, jetzt kommt hier ein Check, der ist identisch zu dem hier oben, if I gleich 0 oder J gleich 0. Also, wenn I ganz am Rand ist oder J ganz am Rand ist, hier oben war Return 0. Hier unten ist es jetzt so, wenn I oder J ist 0 oder in irgendeiner Weise, wenn wir am Rand sind, dann erhöhe ich den Count einfach um plus 1. Das brauchen wir nicht weiter checken. Wir wissen ja schon, dass alle Bäume am Rand sichtbar sind. Und dann Continue, also geht die Vorschleife von vorne wieder durch. Ansonsten sagen wir, initialisieren wir pro forma add to count, eine Bool'sche Variable. Also, ob wir den folgenden Baum dazuzählen wollen oder nicht, die initialisieren wir zunächst erstmal als falsch. Sozusagen die Hypothese. Die Hypothese ist der nächste Baum, den ich mir angucke, den kann ich nicht sehen. Und die Wismap dient jetzt sozusagen dazu, diese Hypothese gegebenenfalls zu widerlegen. Und dann würde dieser selbe Bool'sche Flag dann zur Not halt eben auf True gesetzt. Ich gehe durch, also für di, dij, also für die Richtungen i, Richtungen j, minus 1, 0, 1, 0, 0, minus 1, 0, 1. Also alle vier Richtungen. Minus 1, 0 ist, gehe nach Süden, gehe nach Norden, gehe nach Westen, gehe nach Osten. Und dann sage ich jetzt, okay, ist die Visual Map kleiner als der Baum, den ich mir gerade angucke? Weil das ist ja, was die Visual Map ja getan hat, mal vorhin ja diskutiert. Die Visual Map speichert für die Position eines jeden Baums, was ist der größte Nachbarbaum nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen? Und jetzt kann ich genau diese Frage stellen, ja, ist der Baum nach Osten kleiner oder größer als der Baum, den ich gerade an der Hand habe? Und was ist mit Norden, was ist mit Süden, was ist mit Westen? Ich kann diese vier Richtungen aus aller Einzelnen abfragen. Wenn in irgendeiner Richtung davon herauskommt, dass der größte Nachbarbaum kleiner ist als unser Baum, dann wird die Bool'sche Flag also umgesetzt. Und mit diesem Break können wir diese Vorschleife auch unterbrechen. Wir brauchen nicht weiter untersuchen und fügen entsprechend unserem Count plus 1 hinzu oder auch nicht. So, und dieses Count geben wir zurück und das ist die Antwort auf Part 1. Läuft durch, produziert ein Ergebnis, 1647. Sei es drum. So, diese Aufgabe hat mir Spaß gemacht, weil ich sie statt mit Brute Force, mit einer gelinderten Form von Brute Force, nämlich mit dynamischem Programmieren, programmieren konnte, realisieren konnte. Beim Part 2 sieht das anders aus. Jetzt verändern wir die Fragestellung. Jetzt geht es darum, dass das Baumhaus soll nicht nur versteckt sein, sondern zugleich dann doch irgendwie möglichst viele Nachbarbäume sehen können, um eine schöne szenische Umgebung zu bieten. So, und dazu berechnen wir einen szenischen Score oder Szenic Score. Und der wird wie folgt berechnet. Wir gehen von irgendeinem Baum aus. Hier jetzt als Beispiel, sagen wir mal, von diesem Baum mit der 5. Und wir gehen jetzt wieder in die vier Richtungen. Norden, Osten, Süden, Westen. Wir gehen so lange, bis wir an den Rand kommen oder an einem Baum, der mindestens genauso hoch oder höher ist und sagen, die Distanz bis dahin in alle vier Richtungen. Oder es gibt uns eine Instanz in alle vier Richtungen. Und diese Distanzen, die multiplizieren wir auf. Dann ist das Produkt gerade dieser szenische Score. Für alle Bäume am Rand gilt wieder eine Sonderregel. Sie haben eine Distanz von 0 über den Rand hinaus. Das heißt, es ist automatisch der szenische Score für alle Randbäume ist 0. Sie haben den niedrigsten szenischen Score damit. So, ansonsten gilt hier die 5. Sieht nach links eine andere 5. Das heißt, weiter als das können wir nicht gucken. Aber wir sehen nach links zumindest schon mal diesen einen Baum. Damit ist die Distanz 1. Nach Norden sehen wir eine 3. Über die können wir drüber hinweg gucken. Aber dahinter ist auch schon der Rand. Also ist die Distanz nach Norden auch eine 1. Nach rechts können wir über die 1 drüber hinweg schauen. Wir können über die 2 drüber hinweg schauen und sind dann schon plötzlich am Rand. Das heißt, nach rechts, nach Osten, ist die Distanz 2. Nach Süden können wir über die 3 hinweg gucken, aber nicht mehr über die 5 hinweg gucken. Nichtsdestotrotz können wir aber die 3 und die 5 sehen. Das heißt, nach Süden haben wir auch eine Distanz von 2. Also haben wir nach Westen 1, nach Norden 1, nach Osten 2 und nach Süden 2. Und das ergibt dann ein Score von 1 mal 1 mal 2 mal 2 von 4. Ein anderer Baum, hier eine 5, etwas weiter im Süden im Feld, hat im Beispiel den besten Score mit 8. Und jetzt ist aber die Frage, was ist der beste Score für den für uns individualisierten Input? So, jetzt hatte ich ja eben gerade schon gesagt, ich mag Part 2 nicht so sehr. Bei Part 1 hatte man wenigstens das Vergnügen oder hatte ich das Vergnügen, mit dynamischer Programmierung arbeiten zu können, weil wenn ich für einen Nachbarbaum bereits die Sichtbarkeit geklärt habe, dann ergibt sich daraus im Rückschluss auch etwas über die Sichtbarkeit meines Baums. Also wenn ich das Problem aus der Perspektive eines jeden Baums betrachte, wenn ich etwas über die Nachbarn weiß, dann weiß ich auch etwas über mich. Wenn die Nachbarn gut sehen können und ich bin größer als mein Nachbar, dann kann ich auch gut sehen und dann kann der Baum auch gesehen werden und so weiter. Aber hier ist es jetzt anders, bei dieser szenischen Sache. Bloß weil ich etwas über den szenischen Score des Nachbarns weiß, weiß ich nichts über meinen eigenen szenischen Score. Also hier ist mir keine bessere Lösung eingefallen, als das wirklich zu mit Brute Force einfach knallhart aufzulösen. Und das sieht dann wie folgt aus, weil ich das jetzt ja auch nicht weiter in die Länge ziehen möchte. Ich habe hier dieses Scenic Evaluation, nimmt als Argumente IJ, wir haben hier drüber wieder so einen Generator, der nimmt die Matrix, er nimmt die Anzahl der Zeilen, er nimmt die Anzahl der Spalten, hier ist noch ein blinder Überhang. So und ansonsten übergebe ich meiner Scenic Evaluation einfach nur die Position eines Baums I und J. Und dann gehe ich hier, while true, ich gehe einfach nach Norden so weit wie ich kann und addiere auf, wie weit das war. Dann gehe ich nach Süden, oder hier ist, ich gehe nach Süden, ich gehe nach Norden, ich gehe nach Westen, ich gehe nach Osten. Multipliziere auf. Das mache ich für jeden Baum. Fertig aus. Und das gibt mir die finale Endantwort auf Part 2. Wenn euch gefällt, was ich hier mit meinen Videos mache, lasst mir doch gerne ein Like oder ein Subscribe da. und wir sehen uns hoffentlich morgen bei Türchen Nummer 9. Und dann will ich carriagefahren. Bis dann früh.